Ich bin Luca und studiere an der dualen Hochschule Mechatronik. Mein Studiengang ist in Horb, das heißt drei Monate bin ich im Studium und habe mich drei Monate im Betrieb und das Fachwissen kann ich dann vereinen und hier im Betrieb anwenden. Also bei meinem Studiengang lernt man speziell Informatik, Mechanik, Elektrotechnik, aber auch teilweise Maschinenbau und das ist ein sehr vielzeitiges Spektrum. Also am Ende meiner Ausbildung darf ich ein richtig cooles SPS-Programm schreiben, das ist dazu da, dass die Maschine zum Laufen gebracht wird, weil nur durch mechanische Komponenten ist noch keine Maschine gelaufen. Für mich ist es am Besondersten, dass ich hier viele Leute kenne und man kennt sich einfach und wenn man sich um den Weg läuft, man kennt einen Geschäftsführer, man kennt Angestellte und durch ein sehr angenehmes Arbeitsklima hier zusammenzuarbeiten, man kann Projekte miterleben, man kommt in jede Abteilung rein. Alle Azubis und Studenten treffen sich zum Azubi-Treff, aber auch zu anderen Events. Wir als Azubis, wir gehen mal zusammen Mittagessen, wir gehen mal einen Azubi-Treff planen, der ist eigentlich voll witzig, beim letzten Azubi-Treff haben wir mal gegrillt. Ich als dualer Student darf auch mitarbeiten bei Projekten, das heißt auch spezielle Berechnungen von Elektromotoren, von anderen mechanischen Baukomponenten und das gefällt mir und macht mir Spaß. In meinem Studiengang darf ich auch mal nach Tschechien gehen, das ist unser Hauptproduktionsstandort, weil in Tübingen das sind wir eher spezialisiert auf Versuch, Entwicklung und in Tschechien die Hauptproduktion. In Tschechien wieder darf ich in Entwicklung gehen, das heißt ich darf meine eigene Projekte, die ich in Tübingen leite, darf ich da drüben beobachten, wie die gebaut werden, wie die zusammengestellt und montiert werden. Also ich würde den Studiengang auf jeden Fall nochmal machen. Das betriebliche Arbeiten hier, das macht mir einfach Spaß und nebenher verdient man noch Geld, was will man mehr? Bei uns kannst du was bewegen. Bewirb dich jetzt für eine Ausbildung oder ein Studium bei Walter Maschinenbau, dem Maschinenbauer aus Tübingen. Beep Tief Beep 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 Vielen Dank.